was geht ab liebe leute ich bin in polen angekommen bin jetzt seit fünftel stunde unterwegs bin vier stunden in berlin gehockt und hat mir den arsch abgefroren und hier ist es auch kalt gefällt mir gar nicht aber jetzt tue ich mir glaube ich ein taxi suchen oder einen bus oder so und dann fahre ich zu Omi und Oppi und überrascht ihn mal ist das wieder verschickt hier zu sein ich erkenne alles wieder und es ist einfach nur komisch wieder hier zu sein nach vier jahren und meine Omi wohnt in dem Block da hinten ganz ganz hinten und ich hoffe Oma und Opa macht mir auf wenn nicht dann ist es blöd weil die wissen nicht dass ich komme so ich geh jetzt für Omi und Oppi einkaufen weil lieber schlepp ich das als die und es ist kalt ich habe meinen Pulli vergessen das ist richtig kacke und dann zeige ich euch später auf jeden fall noch was es zu essen gibt weil ich liebe das polnische essen oder die polnischen Würste und Süßigkeiten das ist richtig geil und dann gehe ich irgendwie auf jeden fall weiß nicht heute oder morgen gehe ich noch auf jeden fall meine Tante Onkel und alles besuchen und man sieht ja jetzt dann mal alles da ist meine Omi da ist meine Omi jetzt gibt es auf jeden fall Blutwurst Würstchen das schmeckt so geil hier ich liebe das hier so eine kleine alte Omi Küche das ist richtig schön und polnische Süßigkeiten ich liebe das Zeug es wird erst mal gegessen dann wieder Videos geschnitten und dann mal schauen ich finde es immer noch komisch hier zu sein weil zum Beispiel das da hinten war mal ein riesen Real da verkaufen sie alles drin das ist jetzt kein real mehr so ein komischer Auchern kein Plan ich will mir ein Stativ kaufen weil hier ist es garantiert billiger als in Deutschland und die haben hier alles ein bisschen hübscher gemacht weil früher war das eher so ein bisschen wie ein Ghetto weil Block an Block und alles war grau überall waren Graffitis von Hooligans am GKS oder Ruchoschow sagt euch eh nichts ist egal und ich zeige euch das gleich mal weil die haben das so ein bisschen angemalt die Blöcke und jetzt sieht es ein bisschen netter aus okay Stativ nicht gefunden aber dafür Wodka und Bier aber ich gebe meine Tante noch besuchen und mein Onkel und so und man weiß wenn man in Polen ist wenn man ein riesen Regal vor allem mit Wodka hat so hier habe ich einen guten Vergleich gefunden so sah das hier früher aus ich hoffe das erkennen wir auf der Kamera und jetzt haben sie alles neu angestrichen so ein bisschen Farbe reingebracht und sieht gleich ein bisschen viel netter aus also von daher ein bisschen hat sich was geändert ich bin hier nur 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 am Essen ich werde wieder fett ne so jetzt sitzen wir hier Onkel Onkel Oma Tante Tante Opa Cousinchen Cousinchen Cousin trinken jetzt essen jetzt und erstmal habe ich nicht gefilmt weil wir zu viel getrunken haben und wir genießen jetzt den Abend Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü schon also ist gerade egal ich habe keine struktur in dem vlog das nervt mich irgendwie richtig egal mein onkel holt mir jetzt gleich ab und dann fahren wir nach katowice glaube ich und da gibt es billige zigaretten also jungs freut euch schon mal auf zigaretten und heute abend gehe ich glaube ich wieder zum onkel zu meiner tante ja und da wird wieder fröhlich getrunken wie immer das hier so standard dass man eine flasche mitbringt und wir sind keine alkoholiker aber das ist halt irgendwie so familien ding dass man hier halt immer eine flasche mitbringt so schnell ging das und jetzt bin ich wieder da und ein bisschen zigaretten gekauft ein bisschen feuerzeuge umsonst bekommen in deutschland hätte ich jetzt für den gleichen preis zwei halbstangen bekommen und hier habe ich sogar fünf und ein großes päckchen also lohnt sich auf jeden fall hier einkaufen zu gehen so ich geh jetzt mit omi und opi aufs stadion das ist so ein das ist so ein schwimmbad da war ich immer als kind und opi hat gerade eben auch gemeint weil er so langsam ist dass ich einen hogepack nehmen soll und davon seht ihr jetzt ein so wir sind angekommen im hintergrund läuft Dieter Bohlen richtig komisch da hinten das haben sie gebaut wo ich glaube ich sechs war oder so was da bin ich als kind schon runtergerutscht davon musste man extra zahlen das ist so ein naturwasser schwimmbad gedöns und hier kann man früher mit dem kajak rumfahren jetzt ist noch trittboote da also noch wieder auf deutsch auf jeden fall bin ich hier als kind schon mit dem kajak rumgefahren mit dem opa der hat mich mal mitgenommen eigentlich noch relativ schön hier ne so das gibt es bei uns nämlich in deutschland auch nicht bei uns gibt es noch cola weizen und hier gibt es das ist bier mit sirup das ist himbeersirup mit bier und das schmeckt tausmal besser als cola weizen glaubt mir back bei oma und opa und habe gerade das video geschnitten und irgendwie ist das nicht so krass spannend geworden egal ja falls es euch trotzdem gefallen hat daumen nach oben da lassen und dann sieht man sich in der nächsten folge ciao ciao